Die Fahrt hierher war ein Leidensweg. 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 Die Fahrt hier war ein Leidensweg. Die Fahrt hier war ein Leidensweg. Die Fahrt hierher war ein Leidensweg. Du bist der Hütte, der mich führt. Du eröffnest mir die Sicht. Um was ich jetzt noch nicht hör, zeigst du mir in deinem Licht. Hey, ich gehe Schritt für Schritt. Und du hast mich oft getragen, ob ich dich sehe oder nicht. Hey, ich spüre deine Arme und ich fühle, dass dein Name so viel Freiheit in sich bückt. Jede Sekunde will ich schreien. Aus der Tiefe, Tiefe mir. Gar kein Meer kann es ergründen. Ja, so tief und noch viel mehr. Nur der Herr kann es ergreifen, denn er ist der Schöpfer. Er macht mich frei. Ich bin frei. Ich danke dir, dass du mich liebst und mich in deine Arme nimmst. Ich danke dir, ich bin ein Kind und das ist kostenloser Gnade. Alles echt und noch viel echter, dass ich es noch nicht begreife. Ich danke dir, ich bin ein Kind und ich bin ein Kind und ich bin ein Kind und ich bin ein Kind. Vor unserer Baracke stand ein einziger Laubbaum. Unseren schönen Baum nannte ich Lebensspender. Ich sagte zu meiner Mama, aus unserem Lebensspender ist eine weiche Masse ausgetreten. Ganz oben, auf der Baumrinde. Sie lachte und holte gleich diese dicke, gelbliche Masse. Mama sagte, nimm und iss, es ist sehr gut, du wirst sehen. Nun wirst du so stark wie dein Lebensspender. Wie hat sich dieser Antisemitismus denn nun gezeigt? Ja, es gab Friedhofständungen, es gab Sprüche von, es gab alles, was überhaupt möglich ist, nur wurde das kein Gehalt. Ich hab viel erlebt im Leben zu verdrängen, zu vergeben. Ich hab gesehen, Leute lügen, Leute töten, Leute stehen. Leute legen sehr viel weg drauf, dass Musik wirklich perfekt ist. Ich meine, perfekt ist sie bestimmt nicht nach Gottes Ermessen. Es vergessen, es wird geleugnet, auch Schlitz ist für viele Märchen. Fändest du es wirklich gut, wenn Diktatoren wieder herrschen? Wie Zeichen in der Suppe. Keiner will sie wahrnehmen. Promis werden zu ihr kunden, sodass Kinderleben nachleben. Selbst Morde nachstehen am Klopfen. J Forever, Paris Hilton, Johnny Depp, Romy Williams. Ist es clever, dass es den dieser Weckgangs Deutschland will sich zwar behaupten, doch Zusammenbruch nicht eingeplant. Okay, ich warte heute, warte morgen und nein. Ich hab gewartet, jetzt nicht mehr. Ich hab einen, dem ich traue. Euer Geschwätz, sieht er, ist meine lebendige Quelle, wenn ich Trinken brauch. Er liebt mich, ich lieb ihn und dich. Dich liebt er auch. Das, was du brauchst, ist Jeschua Hamaschiach. Denn als Deutschland, es war doch noch nie wach. Holocaust, die Nazi-Lehre kommen, Kira, Unzug, Chris, es erinnert dich an, so wie du bist, nenn doch schnell die richtige Richtung. Das, was du brauchst, ist Jeschua Hamaschiach. Denn alt ist Deutschland, es war doch noch nie wach. Holocaust, die Nazi-Lehre kommen, Kira, Unzug, Chris, es erinnert dich an, so wie du bist, nenn doch schnell die richtige Richtung. Du setzt viel auf den Start, du denkst, der ist die Zukunft. Du denkst, der ist deine Saat und der ist deine Zuflucht. Du denkst, die Juden sind anpackt und sie gehören vergaßt. Du denkst, es kommt noch ein Tag, an dem du das Lächeln hast. Ich werde täglich für dich beten, dass du keine Leute killst. Auch wenn du meine Brüder gequält am Boden sehen willst. Auch wenn der Gewissen sehr viel alte Menschen stören, die du getötet, weil sie einer anderen Rasse angehören. Auch wenn du mich ankuckst und mich tot prügeln wird, ich bete für dich kleine Freunde, die Geschwister und Familie. Auch wenn du denkst, du bist besser als ich und die anderen, du wärst ein Aria und bestes Deutschland. Du wirst mal wandeln und den anderen predigen, wir bestünden tausend Jahre. Und wenn du mich ansiehst und ziehst mir an den Haare, Münchenschläger oder Knarre hältst dir an meinen Kopf. Ich werde beten, denn auch ich war Opfer des Todes. Das, was du brauchst, ist Jeschua Hamaschiach. Denn alt ist Deutschland, es war doch noch nie wach. Holocaust, die Nazi-Lehre, komm und kehre uns zu prüßt. Es erinnert dich an, so wie du bist, nimm doch schnell die richtige Richtung. Das, was du brauchst, ist Jeschua Hamaschiach. Denn alt ist Deutschland, es war doch noch nie wach. Holocaust, die Nazi-Lehre, komm und kehre uns zu prüßt. Es erinnert dich an, so wie du bist, nimm doch schnell die richtige Richtung. Ich weiß nicht, wie du dich bezeichnest, das hier ist ein Track an dich. Es gibt vieles, das mich stört, komm doch mal klar, ich mecker nicht. Ich schmetter schlicht wie ein Feuerball in euren Kreis. Und das gefällt euch mal gar nicht, denn ihr denkt, ihr seid alle weiß, weiß wie Papier. Und ihr wisst ja, was mit euch passiert, wenn ihr Feuer kontaktiert. Und deswegen kontaktiert. Der Punkt ist, ich bin doch kein Feuerball und ihr seid kein Papier. Wir sind wir, wir sind Menschen und ich bin Human von Jeschua. Ich blamier keine Leute, doch das Thema macht mich traurig. Warum lasst ihr uns nicht einfach lieben? Wir stören euch doch auch nicht. Ich kann euch aber verraten, warum ihr Juden nicht sehen könnt. Weil es Gottes Volk ist und nicht, weil es das Leben. Wenn ihr die Nation mögt, in der ihr lebt und in der ihr regt, dann betet doch für Israel und ihr spürt, dass sich was bewegt. Ihr werdet Segen spüren und das ist nicht gelogen. Dieser Drag ist auf alle Menschen dieser Welt bezogen. Das, was du brauchst, ist Jeschua Hamashia. Denn alt ist Deutschland, es war doch noch nie wach. Holocaust, die Nazi-Lehre kommen. Kehre um zu Christus, er nimmt dich an, so wie du bist. Nimm doch schnell die richtige Richtung. Das, was du brauchst, ist Jeschua Hamashia. Denn alt ist Deutschland, es war doch noch nie wach. Holocaust, die Nazi-Lehre kommen. Kehre um zu Christus, er nimmt dich an, so wie du bist. Nimm doch schnell die richtige Richtung. Gott, 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 Gott Vielen Dank.